Auf der Suche nach Platz 1. Nein. Nö. Hier auch nicht. Da ist er, der Spitzenreiter der Penny DEL. Die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Vier Spiele, vier Siege, Platz 1. Und die ganze Liga fragt sich, was macht die so stark? Wir sind gut und geiler Start bis jetzt. Geht's auch ein bisschen detaillierter? Ein bisschen von allem. Wir hatten eine gute Vorbereitung. Außerdem ist es noch früh in der Saison. Alles kann passieren. Ein bisschen was von allem also. Powerplay. Schon fünf Tore in Überzahl. Mehr hat bisher keiner. Ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Maxi Franz Repp und vor allem Brandon Maxwell. Beste Fangquote und bester Gegentorschnitt der Liga. Comeback-Qualitäten. Jensen. Oh, Tor! Wo hat er denn den ausgepackt? In Frankfurt aus einem 0-3 noch ein 4-3 gemacht. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Die knappen Dinger für sich entscheiden. Erst Frankfurt, dann Mannheim. 4-3 nach Verlängerung. Keine Strafe. One-Timer. Und das Ding ist drin. Big Kickstart. Ja, einfach das Ding rein zu machen, ist egal. Ja. Die Tiefe stimmt im Kader von Thomas Popisch. Bei 15 Treffern schon zehn verschiedene Torschützen. Es läuft in Bremerhaven. Wir bleiben ruhig. Wir wissen, dass die Saison ist lang und immer an das nächste Spiel denken einfach. Denn davon gibt's noch reichlich diese Saison. Aus Sicht der Fishtown Penguins dürfen die aber gerne genauso verlaufen wie die ersten vier. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.